Der fünfte Preis wurde uns gespendet von der Firma Chavez aus Bonn. Es ist eine Simca Aron Neuf aus dem Jahr 1953. Das Besondere an diesem Fahrzeug ist, es hat die Berechtigung bei der Mille Milla mitzufahren. Und das ist normalerweise nur den ganz teuren Autos vorbehalten. Ja, mein Auto aus dem Jahr, wie gesagt, 1953 mit mittel, mit Lenkradschaltung, Frontmotor, Heckantrieb. Ein Auto wie aus dem Vollen geschnitzt und es wurde 1,7 Millionen Mal gebaut. Und eigentlich war Simca damals eine Firma, die Fiat Autos nachgebaut hat, beziehungsweise Lizenz gebaut hat. Das war das erste eigenständige Modell aus Frankreich. Das können Sie gewinnen, der fünfte Preis, 5 Euro und Sie sind dabei.